Die Horde ist da unten. Wie habe ich denn das überlebt, bitte? Öffentliche Toilette, nichts mehr da. Das ist eine gefährliche Mission. Das war so ziemlich die gefährlichste bisher. Nur wegen ihrem scheiß Anhänger. Da unten ist eine Horde. Frage, wie viele noch übrig sind. Horde klingt immer so viel, aber wenn es nur einer ist, wäre es nicht so tragisch. Die kommen auch nicht rauf. Noch eine Horde. Ist die da drin? Ja, die ist da drin. Und diese Infestation ist auch noch. Plötzlich. Plötzlich sind sie angekommen. Ich drücke ja eh. Oh Gott, schon wieder. Das ist schon schwer. Nein, ich wollte das nicht. Plötzlich haben sie mich überrannt. Ich bin schon ziemlich in die Hose gegangen. Bisher. Also mir kommt vor, dass es eher schwerer geworden ist, dem Bitch. Ich schleiche eh und trotzdem. Der ist einen Meter neben mir gespawnt. Was soll ich denn da machen? Mein Prügel wird auch bald kaputt werden. So weitermache. Ja, siehst du? Prügel gleich im Arsch. Ist das ein Dicker? Nein. Ja, das ist ein... Oh. So einer. Habe ich irgendwas? Ja, die Waffe. Aber keine... Keine Munition! Explodiert. Nell wegschleichen hier. Tja, hat er mich gesehen. Mann, das ist ja ein... Eine Ein-Mann-Armee. Den kann ich nicht killen. Er ist hinter der Mauer. Probier mich mal anschleichen. Okay. Ich weiß, dass das keine gute Idee ist, mit ein Drittel Gesundheit in eine Infestation reinzumarschieren. Nein, aber... Da kommen sie jetzt einer nach dem anderen aus. Nein, nein, nein! Zum Auto. Es fährt noch ein Stück. Reicht noch. Medikamente gesammelt. Immerhin. Die könnte ich jetzt auch gebrauchen. auch schon. Mein Stock ist gleich. Im Eimer. Die Frage, wie viele sind da noch drin? Zwei? Let's check these, okay? Oh, fuck. Ich glaube, wie sie aussieht. Furchtbar. Oh! Hoffentlich ist da ein Stock. Oder irgendwas in der Art. Munition. Was? Da war was. Gedrückt halten? Schau mal. Ach so, Barrikade. Ich kann mich erinnern. Ja. Da war der Versorgungsspind. Klar, dass der jetzt weg ist. Sehr gut. Keine Zombies mehr in der Gegend. Aber was ist da draußen? Da wuselt was rum. Wisst ihr das? Oh ja, die begehren schon wieder Einlass. Ah, es geht auch ohne. Wo ist denn? Nein. Wieso sind es so viele? Und wo ist das blöde Erinnerungsstück? Ich sehe es nicht. Ich kann auch nicht suchen, weil es kommt ununterbrochen Nachschub von den blöden Zombies. Wo ist es? Habe ich es? Sichere das Gebiet. Was soll das heißen? Ich habe das Gebiet gesichert. Die spawnen immer wieder neu. Fall um, du Arscher. Schau, nächster. Heimatbasis-Zauber. Okay, das war's. Wahnsinn war das aufwendig. Das ist ja extrem, bitte. Wohl, nicht dein Ernst. Wer soll denn das schaffen? Da habe ich keine Waffe, gar nichts mehr. Ich könnte zu diesem Haus hier Hier sind vielleicht noch Ressourcen. Das war das einzige Haus, wo ich noch nicht war. Wir haben keine Munition mehr. Ja, ich weiß. Nein, schau. Wie sie spawnen. Da steht auch einer. Er sieht mich. Blöder ist er dann auch wieder nicht. Ich weiß, ich müsste durch Büsche. Die Frage, wie weit es ist. Die haben mich mal nicht gesehen. Aber es vergeht halt viel Zeit. Was? Lebensmittel, ja. Wir hätten ja Munition gebraucht. So, nix wie hin zu dem Haus. Und dann beten, dass da irgendwas ist. Schau, wie malerisch. Sieht aus wie die Hütte von Evil Dead. Das sage ich bei jeder Hütte, ich weiß. Das Begrösserungskomitee. Dürr zu. Da kann ich umfallen, weil er gegen die Wand lehnt. Ja, was hätte ich machen sollen? Hoffentlich ist da was Nützliches drin. Munition zum Beispiel. Nichts. Nichts. Auto ist auch keines mehr. Wie komme ich denn da jemals wieder weg? Und dem Ort. Nichts. Das Glück ist mir nicht holt. Das kannst du nicht sagen. Dass ich eine Glücksstreine habe. Schau. Es war nichts hier. Ja. Und es war auch sonst nämlich nix mehr. Ich habe alles gelotet, als ich noch da war. Was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Dass ich diesen Anhänger geholt habe. Schauen, dass ich da nicht runterfalle. Ja, so schnell könnt ihr mit mir nicht rechnen. Ohne Waffe. Fern der Heimat. Ohne Auto. Also bitte. Wie schlecht können die Chancen noch stehen? Da ist ein Boot, hm? Ein Kajak. Zwei Kajaker. Malerische Landschaft. Hilft mir aber jetzt nicht weiter. Keine Nahkampfwaffe. Gar nix. Da steht, es ist noch was da, aber ich wüsste nicht, was das sein sollte. Ich habe alles durchsucht. Bin ich hier richtig überhaupt? Schöne ich nicht. Ich bin ja schon froh, wenn jetzt mal es mal heller wird, weil gesehen habe ich ja auch nix. Es kam noch erschwerend hinzu. Ich schaue halt noch mal in das Haus rein. Vielleicht ist doch was drin. Es ist nicht durchgestrichen. Nein, eine Horde. Bitte nicht. Zwei Horden. Und das Auto ist auch kaputt. Siehst du, da zeigt es mir an, dass was... Nee, das ist war nur das. Wieso streicht es das Haus nicht durch? Er hat halt so dringend was benötigt. die Horde. Ich muss mich nach einem Auto umsehen. wo ist das Nächste? Hier. Moderner Pickup. Ja, mit dem fahre ich sicher nicht. Schau, drei Horden. Hahaha. Im Grunde vier. Die eine hat sich angezeigt. Ich gehe mal ins Gebüsch. Da wandern sie rum. Ich warte, bis sie vorbei sind. Fuck. Ja, ich würde es vorschlagen. Ich melde mich wieder, wenn die Horde vorbei ist und ich bei dem Auto bin. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.